Die folgende Sendung wird Ihnen präsentiert von Lotto Thüringen. Spiele, Gewinne beim Original. Hallo aus dem Euro-Jackpot-Studio von Lotto Thüringen. Na, sind Sie schon im Fußballfieber? Die Fußball-WM in Katar läuft seit letzter Woche. Irgendwie ist das aber alles komisch, oder? Eigentlich sind wir Fußball-Weltmeisterschaften im Sommer gewohnt. Mit kühlen Getränken, Fanfesten und Sommerfeeling. Ja, in diesem Jahr ist das alles etwas anders. Fußball gucken mit Glühwein in der Hand? Naja, irgendwie gewöhnungsbedürftig, aber auch mal was anderes. Wir schauen jetzt erstmal auf die Gewinnzahlen vom 29. November. Wie immer ohne Gewehr. Ich hoffe, das hat geklappt bei Ihnen mit dem großen Gewinn. Wenn ja, herzlichen Glückwunsch. Dann können wir jetzt ja nur noch hoffen, dass auch die Fußballer bei der WM in fernen Katar Spaß haben. Ich finde auf jeden Fall die Fanrunden mit dicken Schals und Pudelmütze jetzt schon lustig. Ich bin gespannt, wer am Ende Weltmeister wird und wer bei uns hier den nächsten Eurojackpot holt. So viel ist am Freitag für Sie drin. Ja, Ono. Gewinnst du wieder? Nee. Nur das eine Mal. Aber das ist immerhin richtig. Ändert nicht dich, ändert dein Leben. Eurojackpot mit bis zu 120 Millionen Euro. Ziehung jetzt, jeden Dienstag und Freitag. Eurojackpot. Die Chance auf dein Traumleben. Zur nächsten Ziehung sind rund 57 Millionen Euro im Jackpot. Infos unter lotto-thüringen.de Spiele, gewinne beim Original. Ja, wenn Sie mal nicht in eine Lotto-Annahmestelle gehen wollen, um Ihren Tipp abzugeben, dann geht das auch ganz einfach online unter lotto-thüringen.de Diese Sendung wurde Ihnen präsentiert von Lotto Thüringen.